Hey Metalheads, wir müssen zusammenhalten. Wohntest für Tobi und seine Jungs. Metal! Hey Metalheads, am 25. Februar schaltet das erste ein und stimmt für Aventasia. Gib Gas Tobi! Tobias Summitt, Mastermind von Aventasia und Edgai, der Band, die uns auf unserer Get Your Sting & Blackout World Tour supportet hat, wird dem deutschen Vorentscheid zum ESC antreten. Rock on Tobias! Viel Glück Aventasia, ihr rockt das Ding! Eurovision Song Contest, Aventasia werden euch rocken. All we are, wir halten zusammen Stimmen für Aventasia. Bitte wählt, am 25. Februar zum Eurovision Song Contest, Tobi Summitt mit Aventasia. Haut rein! Hello everyone, support Heavy Metal and vote for Aventasia in the Eurovision Song Contest. Take care! Zugkicken, mitfiebern und wenn es dann um die Wurst geht, eure Stimme für den Metal abgeben. Ihr wisst, liebe Hits- und Metallköpfe, das kann und das sollte nur eingeben. Aventasia. Ja, in diesem Sinne, euer Stumpenwort. Hey, ihr Metalheads, votet für Tobi Summitt in seiner Aventasia auf seinem Weg zum Eurovision Song Contest. Erstens hat es Tobi verdient, zweitens hat es die Welt verdient, dass sie mal vernünftige Musik hört. Ich persönlich kann nur sagen, drückt dem Jungen die Daumen, der hat es verdient. Ich würde mir wünschen, dass er den abgedehnt zärtiert. Gebt Gas! Bitte, 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 votet am 25. Februar für Aventasia und unterstützt den Metal! Euer Stimme für Metal. Unterstützt Aventasia. Hey, Metal-Fans, haltet zusammen und stimmt für Aventasia. Stichtag 25. Februar im 1., auf geht's Tobi. Und ich möchte euch wissen, dass Aventasia für die Eurovision 2016 für die Deutschland spielen. Also, bitte, votet für Metal, votet für Aventasia! Roar! Geht die richtige Sache und votet für meinen Panting-Dog. Nein, votet für Aventasia! Yeah! Hey, Metalheads! Am 25. Februar wollen wir die ARD einschalten und die Aventasia-Stimmen für unseren Tobi und die Metalheads halten zusammen, stimmt für Aventasia! Aventasia, for the win, here we go! Hey, Metalheads! Schaltet am 25. Februar das erste ein und stimmt für Aventasia. Liebe Metalheads, Rockmusik liebende Menschen da draußen, bitte, merkt euch den 25. 2. 2016, denn da wird unsere Band Aventasia für die ganze Metal- und Rock-Community zum Vorentscheid für den Grand Prix antreten. Und wir werden allen zeigen, wir müssen alle zusammenhalten, alle anrufen, alle voten für Aventasia, damit die Jungs für uns, für Deutschland nach Stockholm fahren können und mal richtig in den Arsch treten da drüben alle, verstehste? Wir werden ihnen zeigen, was Metal ist! Bitte! Danke! Tschüss! Mach's gut! Mach's gut! Mach's gut! 天